Die Reparaturen Die Reparaturen werden erledigt. Ziemlich flott sogar dafür, dass Owen volltrunken ist. Wir können es schaffen. Seid ihr sicher? Wenn ihr mit Sir Perth reden oder etwas erledigen müsst, habt ihr noch etwas Zeit. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ihr werdet es brauchen. Sie kommen! Auf eure Position! Seid bereit! Seid bereit! Davon hätte ich meinen Schiff Compan. Wuch Aber warum ist die transformeduelle Option? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Los, wir müssen uns beeilen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Morgen dämmert und wir haben die Nacht überlebt! Der Sieg ist unser! Und obgleich der Sieg viel gekostet hat, müssen wir bedenken, dass wir alle nicht hier stünden, ohne den Heldenmut der guten Leute neben mir! Danke, werte Dame! Der Erbauer hat auf uns herabgelächelt, als er euch in unserer dunkelsten Stunde zu uns geschickt hat! Beugen wir das Haupt und ehren wir all jene, die ihr Leben bei der Verteidigung von Radcliffe lassen mussten! Murdoch von Radcliffe, Bürgermeister und geliebter Vater, wir ehren euch! Ihr und so viele, die hier ihr leben lassen mussten, geht mit ihm, eurem Erbauer! Möge der Frieden seiner Liebe euch lange begleiten! Wenn der Erbauer es zulässt, erlaubt unser heutiger Sieg, dass ich ins Schloss vordringe und unseren Aal suche! Seid wachsam und achtet auf Zeichen neuer Angriffe! Wir kommen so bald wie möglich mit Neuigkeiten zurück! Nun, vergeuden wir keine Zeit mehr! Trefft mich bei der Mühle, dort können wir weiterreden! Vierabendung! 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 Vierabendung!